Jo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es mal keine Folge von der Tag eines Simons, sondern möchte ich mal ein neues Format auf meinen Kanal einführen, ein bisschen Abwechslung reinbringen und zwar das Format Entweder oder. Um was es sich da handelt, werdet ihr jetzt gleich sehen. Ich bekomme zwei Gegensätze vorgestellt und muss mich für ein was entscheiden. Dann fangen wir doch direkt mal an. Tag oder Nacht? Tag. Schwarz oder weiß? Schwarz. Cardio oder Krafttraining? Krafttraining natürlich. Kaffee oder Kakao? Kaffee. Bier oder Cocktail? Gar kein Alkohol. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es Bier. Hardcore Booster oder EU Booster? Hardcore Booster. Gummibären oder Chips? Chips. Wurst oder Käse? Wurst. Smart Games oder Rico? Dein Ernst, Alter. Rico. Karriere oder Familie? Familie. Sommer oder Winter? Sommer. Kreuzheben oder Bankdrücken? Bankdrücken. Gurke oder Tomate? Gurke. Frühaufstehen oder Langschläfer? Langschläfer. Hund oder Katze? Hund. Aufbau oder Diät? Aufbau. Booster oder Alkohol? Booster. Cola Zero oder Cola Light? Cola Zero. Monster oder Vipo-Drink? Monster, weil die kann ich gerade nicht machen. Allein oder mit Partner trainieren? Allein. Weihnachten oder Geburtstag? Geburtstag. Geld oder Liebe? Beides. Beides. Nein, Liebe. Popcorn oder Nachos? Kino-Nachos. Spiegel oder Rührei? Rührei. Pizza oder Pasta? Pizza. Hähnchen oder Rindersteak? Rindersteak. Fitnessstudio oder zu Hause trainieren? Fitnessstudio, na klar. Döner. Döner oder Burger? Döner. 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 Training morgens oder abends? Abends. Apple oder Samsung? Apple. McDonalds oder Burger King? Magus. Kurz oder Langhandel? Langhandel. Netflix oder Amazon Prime? Netflix. Klicks. Fußball oder Handball? Fußball. Senf oder Mayo? Senf natürlich. Kraulen oder massieren? Kraulen. Und massieren. Okay, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Jetzt möchte ich euch darum bitten, falls ihr irgendwelche Gegensätze habt, dass ihr die mal in die Kommentare reinschreibt. Fürs nächste Video dann. Oh ja, und ansonsten würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo und einen Kommentar auf jeden Fall auch. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und nochmal so, wie ihr das Video gerade schaut. Haut rein, Freunde. Peace. Tschöööö. Na klar.